Haga Maeta Kuwasite Yori nike ni Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost in the Shell Standalone Komplex First Assault Online Und wir spielen mal wieder Zerstörung Wo ich gehört habe, dass es so Bombenzeug ist Gehen alle auf A Oh hallo Oh hallo Der Wödan spielt auch mit Ja Hallo Wödan Der hat den Whatsapp Chat gar nicht gecheckt Heute und dann so zufällig so spielen wir alle drei das selbe Spiel Ah Wödan hast du Ghost in the Shell Schade Sonst könnten wir jetzt aufnehmen Dann hättest du dein Let's Play Comeback feiern können Ehrlich ja Ja um das jetzt mal der Community zu erklären Wir sitzen halt im TeamSpeak zusammen und haben da eigentlich so den Aufnahmechannel Für drei Leute Aber wir verfallen uns regelmäßig den zu betreten und hängen einfach so in der Lobby rum Ja im Stammtisch nämlich Ja In der Laberecke Stammtisch Und äh ja Dann kriegt man halt Besuch Ist halt so So schaut das aus Ja hallo Ja Mist Soll ich euch runterziehen Na Wödan wie ist das denn auf dem Tube Du musst so sagen Hallo ich bin Wödan Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie My Summer Car Folge 1 bis 93 Und ich hab grad zwischenzeitlich gedacht gehabt dass wir Team Deathmatch spielen und bin einfach so in die Eglomassen reingerannt Ja so ging es mir auch Deswegen hab ich auch nicht gar so lange überlebt Ich liebe sowieso diese Spruide Modi wo man nur ein Leben hat weil man das haben will Nur ein Leben Geh auf A Wer geht mit? Ich geh auf A Ja Ausgerechnet jetzt hab ich natürlich mein Insta-Killer-Raketen-Ding nicht mehr Ja das regeneriert hier halt auch so langsam Um rechts Oh nein Nicht 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 Oh war das knapp Scheiß Granate Okay ich glaub Okay ich glaub Oh Mann Irgendjemand auf B Ja 4 4 glaub ich Okay ich glaub von den Schienen her kommen sie nicht Die kommen Die gehen doch alle auf B oder durch diesen Mittelgang auf A Ja von A sind zumindest einer nach B rüber gegangen Ja da kommt auch gleich wieder einer Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Ich sehe B Den hab ich Und irgendwie glaub ich an dem vorbei Auf A Auf A Das ist Das ist ne Das ist ne Das ist ne Das ist ne Das müssen wir uns merken das nächste mal selber machen Hat jemand von euch nen Tarot? Nein Ich hab nen Raketenwerfer Es ist halt wie fies einfach alter Das ist richtig fies Wie fies ey Was für ein Was für ein 38er Das muss ich mir merken für den Modus alter Das werde ich mir merken und das werde ich benutzen Bis ich jedem so richtig auf den Sack lebe Gell wieder A Ja Oh Mann Bin schon da Bin schon da Bin schon da Oben rechts im Fangster hängt bestimmt wieder deine Jeep Ist auch sehr sinnvoll der Granatenwurf hier Ok über die Schienen Kommt anscheinend jemand Oder hat zumindest ne Granate und ne Rauchgranate gebraucht Ja da kommen auch welche Da müssen auch welche kommen Hab dich du Penner Pass auf Basti Wenn du da weiterläufst Da steht einer rechts von dir Ok Das ist ein Klock Da kommt keiner mehr Das war nur ein Ablenkungsmanöver Fuck Nein Drohne ich bin geblendet Ne ich bin tot Da stellen sich immer zwei in diesen Mittelgang Ok Einen in der Mitte habe ich erledigt Also bei B könnten sie auf jeden Fall ziemlich auf dem Weg sein Ja Ja Na shit dann kann noch ein getrunter Ah man ey Ich hab noch zwei mitgenommen Ja Ja Jetzt nichts am GG 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 Ja gegen drei ey Ich hab noch nichts mehr Und die drei sind vor allem echt mal nicht schlecht ne Hey aber ich hab noch einen getötet Ich hab auch zwei ey Alter der Baron 6 Kills hau mal rein Yeah Wir machen im Grunde gar nichts Der Baron macht alles Naja es geht ja nicht ums killen eigentlich Äh wenn du früh genug dann ja Ja Wenn du sehr abhältst Durchkillst Die Bombe zu legen Naja schon aber ähm Das sollte jetzt nicht unbedingt Unvorsichtig sein Und seinen Killcounter einfach Steigern wollen Ja Junge In den letzten sieben Sekunden bringt dir das auch nicht mehr viel Wat 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 Ja Oh lol Hat sogar noch überlebt Loll Loll Ja lol Habe ich schon mal gesagt dass ich diesen Diesen Modi hasse ey Loll Loll Deswegen spiele ich auch kein Kotter Strike Darf ich dich erinnern dank wem wir diesen Modi spielen Das ist nicht meine Schuld Das ist nicht meine Schuld Ich kann doch mal in Ruhe im Menü rumgucken ey Ohne dass die Leute hier gleich Oho Ich liebe Modi mit nur einem Leben Das ist voll cool Da guck ich lieber ne halbe Stunde zu Ich stimme nicht Klappe Halt die Klappe Halt die Klappe Den einen der rechts bei den Schienen immer ungefug macht Den haben wir schon auf Ah Meine Fresse hab ich mich erschrocken Das hat man fast nicht zurückbekommen Ah Fick deine Mutter Jetzt mal im Ernst Ich geh zu diesem scheiß Lüftungsschass Schieß Da die Deckung weg Und dann sitzt da direkt einer Und bummst mich weg ey Es ist unglaublich Wie schnell kann der denn auch in diesem Lüftungsschacht sein Ey der Basti hat genauso viel gemacht die Runde wie ich Nämlich Einmal gestorben oder? Ja der ist wahrscheinlich geboren im Lüftungsschacht ey Naja Herr Baron jetzt zeig mal was du kannst Alter hinter dir fallen mir schon die Kugel Ah Da hätt ich jetzt auch nicht mit dem gerechnet Ganz ehrlich Aber hier Statistik anfangen Ich hab ne positive KD im Zerstörung Es klingt überhaupt nix wenn wir das scheiß Spiel verlieren Mit deiner KD kannst du dir dann Deinen Popo auswischen meinetwegen Ach den holst du dir auch noch aus der Hüfte Aus der Hüfte Mit was für einem Genuss ich das tun werde mir den Popo auszuwischen ey Wechseln wir auch mal Seiten oder so? Ja ich glaub nach dem Fünften ne Also beim Fünften Ne nach dem Fünften Hä? Whatever man Wir mussten die hier hyper sprint und sind schon hier bei A auf links Links auf A Ich wusste dass der da drin haut du illender Hund Dann hab ich den Sprinter den Wichser Ich hab nen Raketenwerfer wenn ich sterbe nehm ich jemanden mit Nein von hinten Ich hasse diesen Modi Oh Herr Baron hinter dir war einer Ok die haben auf B geblendet Ich hasse diesen Modus ich hasse ihn Das ist total zum Kotzen Das ist total zum Kotzen Das ist total zum Kotzen Ich hole die jetzt alle Wir spielen Wir spielen Defensive positions Neee Ey wir spielen nicht Counter-Strike Wir spielen hier so ein Koreaner spielen Da müssen wir schon korea- 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 koreanisch reden Hä ist das nicht japanisch? Nexon ist glaube ich so eine korea- korea- firma Die was für japaner macht net Vorsicht Drohne kommt von vorne raus Gleich Ich töte mich hier gleich mit meiner eigenen Nein Ich komme doch Jetzt hat der überlebt weil so ein scheiß Geländer im Weg war Was die Hälfte der Kugeln abgefangen hat Ich glaub's nicht Nein 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 So machen wir das nicht Haben wir denn jetzt verloren wenn wir die Runde verlieren? Ja Ach Gott sei dank Das ist herrlich ey ne Diesen Modus nie wieder bitte Ich hasse das Ey ich spiel den ganz zur Abwechslung ja Spiel ich den schon mal ganz gern Lol Wie der erstmal auf dem Gegner seine Rauchgranate wirft so Der dachte sich aber auch sich Rauch classic Der Typ denkt sich aber auch ich pack mein Zielvisier aufs Gewehren um sie mal zu benutzen Ja das ist aber in der Darstellung oftmal ein wenig Wird das gar nicht so richtig dargestellt Meins? Auch wenn er durchs Visierziel da seh ich wenn Okay Wenn ich die Killcam hab oder so Dann sieht man auch so hä Das schau das gleich komisch aus weil du nicht zielst halt Achso Also es wird wohl Ja bei denen wird's mir angezeigt Ja es wird wohl bei manchen einfach zu spät erkannt oder so Nein Siehste jetzt haben wir dir jeden Modus mal gezeigt Sebastian Ja schlimm genug Das nächste Mal wirst du dich hüten Ja nicht für Nicht für Team Deathmatch Ja Entschuldigung wie ich gesagt ich hab grad die Leute da draußen sind schlau aber sitzt es nicht Der Baron Der Baron Der Baron Ja Ist ja nicht sexy Die Killermaschine Ja ok Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns Tschüss Beim nächsten Mal Vielen Dank Basti Vielen Dank Herr Baron Und vielen Dank liebe Zuschauer Macht's gut Tschüss Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.